Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3996. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier wird großartiger Service geboten. Das wissen die Kunden zu schätzen. Hier wird großartiger Service geboten. Das wissen die Kunden zu schätzen. Hier wird großartiger Service geboten. Das wissen die Kunden zu schätzen. Ich will einfach nur Spaß haben und lasse mich von niemandem aufhalten. Ich will einfach nur Spaß haben und lasse mich von niemandem aufhalten. Wir halten als Team zusammen und erledigen unsere Arbeit gemeinsam. Wir halten als Team zusammen und erledigen unsere Arbeit gemeinsam. Vielen Dank für den Applaus. Wenn noch jemand Fragen hat, beantworte ich sie gerne. Manchmal bin ich so müde, dass ich sogar im Büro einschlafe. Bevor ich mit den Mitarbeitern spreche, schaue ich mir die Daten noch einmal genauer. Bevor ich mit den Mitarbeitern spreche, schaue ich mir die Daten noch einmal genauer an. Bevor ich mit den Mitarbeitern spreche, schaue ich mir die Daten noch einmal genauer an. Mit einer Kreditkarte kannst du weltweit einfach, schnell und sicher bargeldlos zahlen. Mit einer Kreditkarte kannst du weltweit einfach, schnell und sicher bargeldlos zahlen. Dieses Elektrogerät reinigt Fenster. Hast du es schon mal ausprobiert? Dieses Elektrogerät reinigt Fenster. Hast du es schon mal ausprobiert? Dieses Elektrogerät reinigt Fenster. Hast du es schon mal ausprobiert? Das Schild an der Dusche weist darauf hin, dass das Wasser in der Dusche kein Trinkwasser ist. Das Schild an der Dusche weist darauf hin, dass das Wasser in der Dusche kein Trinkwasser ist. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Das hört sich interessant an. Amelie sitzt auf einem hohen Hocker aus hellem Holz und schlägt die Beine übereinander. Amelie sitzt auf einem hohen Hocker aus hellem Holz und schlägt die Beine übereinander. Sie schreibt etwas in ihr Heft. Amelie sitzt auf einem hohen Hocker aus hellem Holz und schlägt die Beine übereinander. Sie schreibt etwas in ihr Heft. Wir können unsere Mittagspause in einem schönen Raum mit bequemen Sesseln, Pflanzen und Entspannungsmusik verbringen. Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Ich will nicht mehr mit dir streiten. Lass mich in Ruhe. Du machst mir Angst. Kannst du mir mehr dazu sagen? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Nach dem Sport dusche ich. Dann gehe ich zur Nachtschicht. Nach dem Sport dusche ich. Dann gehe ich zur Nachtschicht. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Wir schauen uns das gemeinsam an. Du kannst mich fragen, wenn du etwas nicht verstehst. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Getränke bezahle ich für unsere gesamte Gruppe mit meiner Kreditkarte. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Schon in der Schule interessierte ich mich für naturwissenschaftliche und mathematische Probleme. Mähst du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Mähst du heute den Rasen? Du wolltest es schon letzte Woche tun. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Ich habe eine Überraschung für dich. Du musst deine Augen schließen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben einen Fol편 zu unterhalten.